Hi Leute, ich bin StK von Schalke Kumpel und Spy ist auch da Jo, hallo! Und wir machen jetzt weiter mit Welt 4 Jo... Diese Scheiß-Werbung und ich bin selber am Mario spielen und muss noch zwei bescheuerte Wege Ich spiel gerade für den DS und er spielt gerade für Vio Ja Ich muss gerade zwei Feuerbrüder umbringen, die mich gerade in der Sandkuchenwüste total nerven Die sind nämlich einfach nur nervig Oh shit, du bist gestorben, hm? Ja, von diesem Feuerbruder, der hat mich irgendwie getroffen Okay, jetzt geht's schon viel besser, weil jetzt hab ich die Feuerblumen in dem Level und da können diese... Nein Mario, tu es nicht Schwierer Feuerbruder, Alter! Jetzt krieg ich die, aber es reicht So, der eine ist weg, der zweite hab ich wohl getötet So, jetzt bist du weggeblüht, Mann Echt? So, ich geh das jetzt alles langsam an, weil vorher im Testlauf hab ich so gefailt Das war einfach nur Scheiße Das war traurig, aber jetzt kann ich mich langsam wieder mit der Steuerung zusammen Mein Evental ist voll! Mann, wo sind denn die Wege? Ne, hast du den Weg von der Sandkuchenwüste, der in die Eiswelt führt? Ja, die Secret hab ich ja alle Ja, was fehlt dir dann? Ja, irgendein, zwei beschissene normale Wege Die Eiswelt hab ich ja Ich kann gar kein Level mehr spielen, ich hab schon alle durch Das ist so unlogisch Ja, aber mir fehlen zwei Flaggen Oh Shit! Und ich hab irgendwelche Flaggen nicht gemacht Beim Dschungel fehlt mir sicher nichts Hast du irgendwann, auch wenn sich Snoophaft anhört, hast du irgendwann den Luigi benutzt? Mh, nein Weißt du ja, diesen Luigi, der Nein, hab ich nicht Dann weiß ich nicht, was das ist Da könnte noch einer sein Wo? Da bei diesem Geisterhaus, da ist ein Weg, der zurückgeht, einfach nur, der normale Ausgang Ja, ja, die musst du auch finden, alle, die zurückgehen Ja, genau, da muss ich gemalt von Geisterhand nochmal machen Ja, die, weißt du ja, die normalen Wege, die einfach zurückfinden Mach ich das einfach nochmal, und dann fehlt irgendein anderer noch Hast du den anderen auch gemacht, auf der rechten Seite Den hab ich auch, ja Na shit Den hab ich ja Man, echt, so ein Scheiß, wieso muss man sowas überhaupt machen? Naja, es muss ja auch 100% sein Ja, aber guck mal, Seek-Good-Exit hab ich alle, Münzen hab ich alle, Mopsi hab ich Ja, Nintendo-Style-Hack Boulevard hab ich komplett durch Ja, du kennst ja Nintendo mit dir Ja, wenn die 100% meinen, dann meinen die 100% Ja Dann reicht's mit, dann kannst du ein Ding vergessen, eine Münze, und das reicht dann schon nicht Ja Ich find das so leulich, hab davor so gefehlt, du jetzt rasch ich hier durch Weil dieses Bowser-Face dein Hintergrund ist echt schlimm In diesen weißen Augen Ja, aber das Level, ich find ja auch das Level gemalt von Geistern relativ geil Kann man sich voll, das erinnert mich an einen Mythos, aber ich weiß nicht welchen Oh ne, wow, ich hab 333 gehabt, voll nice Da ist der normale Ausgang, guck mal mal Da war eine Bowser-Flagge, das heißt, da war ich noch nicht, glaub ich Schau mal, ob das jetzt was gebracht hat Weil denn, weil der, 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 jetzt müsste eigentlich dieser Normale kommen Ja, jetzt kommt er Jetzt kommt er Jetzt kommt er, gut, einer ist schon mal weg Jetzt muss ich noch irgendwo noch den anderen finden Ein anderer Weg fehlt noch Hm, dann gibt's auch einen Weg, der nichts tut Ein einziger Jetzt muss ich die Buche wieder töten, ey, auf dem Friedhof Oder ne, doch nicht, ich bin ihn ausgewichen So, jetzt kommt wieder ein schönes Wasserlevel, ich hasse Wasserlevel Gibt es denn, es geht zur Neige, was nicht, oder? Hm, es geht zur Neige Oh, nicht, dass ich wüsste Ich glaube, im Dschungel ist nix mehr, geh ich mal raus aus dem Dschungel Nee, mit Dschungel sind keine sinnlosen Wege, nee Und dem Kandis Minen ist dann noch was? Hast du den Weg, den sie in den hinteren Eingang von Roy führt? Scheiße Ja, den hab ich Ah, fuck Den hab ich Boah, was fehlt dir? Hast du alle Exits bei Peach's Castle? Weiß ich gar nicht, den Secret hab ich Also der, der so rundherum führt Warte, ich guck mal Also in der Wolkenstadt gibt's ja nix, oder? Da ist ja bis dieser Regenbogen Oh, nee, in der Wolkenstadt gibt's halt ein Secret Exit Und das ist dieser Regenbogen, oder? Nee, ich glaub, das war der Ist doch der einzige, oder? Es gibt ja jetzt einen Skripgang In der Wolkenstadt gibt's ein Geisterhaus, oder? Ja? Ja, wann Geisterhaus ist das? Ja, und? Naja Meinst du Magma und Meteoriten und da, wo's hochführt? Ja genau, da, wo's diese Mauer entlangführt Ja, denn dieses vierte Level, das hab ich auch Na, scheiße Also ich glaube in Weltach kann nix mehr fehlen Nee, da kann nix mehr fehlen, das war's Es ist so ein kurzes Level Warte mal, wo fehlt denn noch was? Also im Dumanan schon war das erste Vielleicht in der Eiswelt Gibt's dort einen unnötigen Weg Ja klar, es gibt, äh Hast du ne Secret Exit zu den, äh zu diesen Ich weiß nicht wie es heißt, äh Karlos irgendwas Ja, ja, wie ich schon gesagt hab, ich hab alle Sternenmünzen Ich find das unlogisch Irgendwo fehlt was? Irgendwo Das Karlos hab ich ja da drüber Hä? Irgendwo fehlt ein einziger Ausgang Das ist immer so blöd, wenn man nicht alle gemacht hat Ja, man fühlt sich dann bisschen verarscht Weißt du, das ist wie bei Pokémon, wenn mir irgendwas fehlt Weißt du, da musst du immer zurückrennen und überprüfen, was du nicht gemacht hast Ja In der Wüste ist da irgendwas Oder vielleicht in der Wasserwelt? Ach, lass mich mal überlegen Da ist ja bis dieser Mast, der mich da rüberführt Ja, in der Wasserwelt ist nur die Bohnenranke Ja, die hab ich ja auch schon Also, die Ranke nicht, die Bohnenranke Ist schon eine Bohnenranke Ja, sch... Magisch Bohnenranke, oder? Wo er zu diesen Riesen führt Genau Wie es eigentlich heißt Das würden ja Riesen die immer sein Fucking unweilig Nur bei Mario ist es nicht so, da sind keine Riesen Nee, das nicht Doch eigentlich schon, die Riesendinger Ja, aber nur im Dschungel Ja, das schon Normalerweise sind sie im Dschungel alle riesig, die Typen Yay, wir haben es bis zum Tower geschafft, der vierten Welt Die haben was gesoffen, die Typen, dass sie so riesig sind Weiter geht's Viertrum Weg mit Gipstern Oh, wir treffen zum ersten Mal auf Lava Ist in der Wasserwelt kein unnötiger Weg Das ist halt nicht, dass ich wüsste Wo kann denn noch was sein? Im Dschungel Ist da noch irgendwas? Im Dschungel hat ja ein Weg schon gefehlt Boah, jetzt fragst du mich die Sachen Ich hab... Ich hab auch nur vier Sterne deswegen, aber ich weiß warum Weil mir fehlt Mopsi Und mir fehlt dieser verkackte Weg Weil der Mopsi hat mich bis heute nicht wirklich... Nicht schon, ich hab ihn einfach gefangen, während ich in der Welt die Sterne gesammelte Nee, ich bin da erst später drauf gekommen, dass man den braucht und dann haben wir nach Faktis Hä? Na, war ja klar Boah, boah, alter Boah, shit Kommt doch relativ schnell Nein, oder? Boah, das war aber viel Glück Das ist beide auf der Suche nach den Gängen Ja, nach jedem Gang, den es gibt Ja, da war's gar nicht Na ja, da war's gar nicht Jetzt muss ich wieder Boos abschlaften Ich suche Gänge und... Gut, ich suche Gänge und Du regst sich auch wenn ich so mal ein Ja, das ist sehr Witz Nein, ich lege mich aber nicht auf der Welt nicht auf der Welt nicht auf die Suche dabei ist es nur okay dass gerade jetzt vorher unnötiger die Bühne zu es musste irgendwo ein Weg in den Nix macht oder so Loll da bin ich gestorben vor dem Eingang da muss doch irgendwo was fehlen die Stammens habe ich ja verdammte Scheiße wow jetzt geht er da schnell es fehlt kein Scheißnill aber irgendeinem von diesen verkackten Libets fehlt irgendwas kann es sein dass man bei Fest und Jens Kobel da irgendwie auch zu dieser Schiene kommt das könnte sein ich bin mir überhaupt nicht sicher warte ich gucke es gibt einen Weg es gibt einen Weg in der sechsten Welt die führt zu einer Schiene ich weiß nicht welche das ist hast du das Level gemacht mit der Knochenbahn im Dunkeln wie schon gesagt habe ich alle ach ja stimmt ja ist ja ein Blödsinn ja machst du ja das ah ich hab keine Ahnung ich kann es ehrlich sagen Gott verdammte Scheiße ich weiß ehrlich nicht was dir fehlt ich gucke einfach mal ja guck einfach mal alles durch hier welche Welt bei mir nicht so aussieht welcher Weg mir fehlt ich meine das sehe ich eh sofort da weil der Dschungel der sieht immer noch gleich aus Geilkant hat die Schnauze ja nichts gegen Geilkant aber das nervt jetzt echt weil ich will ja nur schauen welche was mir fehlt ich will einfach nur sehen was mir fehlt oh shit jetzt wird es echt peinlich nicht aufregen ne tue ich ihn nicht aber ich verspringe nicht du schlägst dein Bein ne ich beginne schon wieder mich zu verspringen und das ist ja aber du schlägst dein Bein ne ich hab zusammen geklappt oh nein Mini Mario oh nein ganz sicher nicht ich hab gedacht du meinst du mach so ne das nicht du schlägst dein Bein so unser LOL Video ist fertig das erste awesome kann ich heute Nacht das auch noch holen schön gibt's LOL Action in der Haus heute Nacht werde ich gut schlafen ne ja ich auch weil ich halt so viel gezockt haben ach Gott erstens wegen LOL und zweitens wegen diesem Mario weil ich es dann eh nicht mehr durch habe endlich in Gültig die Sternenmünzen waren schon eine scheiße Arbeit ach das ist das ok also bei im Dschungel sehe ich mal gar nichts mehr da ist wirklich nix 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 diese nervige Werbung immer wenn man gleich kann kann man sie leider nicht überspringen ja das stimmt verdun wieso überhaupt weil er ein Partner ist oder wieso ne weil er will dass die Werbung nicht übersprungen wird logischerweise er kriegt er mehr Money so oh mein Gott unnötig jetzt bin ich mein warte mal ich guck jetzt einfach mal in einen der letzten Teile wo er in Welt 6 ist dann sehe ich sofort ob da was ist sieht das bei mir identisch aus sieht das bei mir identisch aus das sieht identisch aus das habe ich schon gemacht wenn ein Weg fehlt mir ja genau zählen die Tothäuser auch boah ich glaube nicht oder ich habe keine Ahnung ich weiß das ehrlich gesagt aber wirklich nicht ob die Tothäuser zählen könnte schon sein ich glaube nicht oder ne ich glaube auch nicht das kann ich mir nicht vorstellen ich guck mal ich kann weil die einzige die einzige Welt wo da was wäre ist vielleicht die Wolkenwelt ja das ja da meine ich dann ich meine aber eher in der sechsten aber ich bin mir nicht sicher in der sechsten habe ich hier so alles ne ich weiß es nicht wie gesagt ich sehe ich sehe ja das Spiel nicht deswegen weiß ich ja nicht wie es ist warte mal ach ne das habe ich ja schon habe ich ja auch schon ich gehe mal in die siebte und schaue ob das bei mir auch so identisch aussieht diese Musik ne so beruhigend wie weit gibt es hier der Ghost House Power bei mir h das Monke das Mopsy im in der Eikente Mopsy hat das Mopsy aufgetaucht wo die Mopsy was sie muss sie über mir ja dass sie auf dem Leben nicht mit der Geister aus Power ab. Ach der. Mein Gott, der Geist, den fand ich so. Der. Der. Achso, warte. Der da. Ah, der. Den fand ich so lächerlich. Der bläht sich bloß auf. Ja, aber ich fand die Idee irgendwie geil. Es gibt ja im Zweier wieder einen, der aussieht wie Spongebob. Ja, der. Ey, komisch, jetzt kann ich die Werbung überspringen. Warte. Hä? Hallo? Komm mal her. Das war das Geist aus, wie so lange dran war. Was? Das war der Secret, den hab ich schon. Das hab ich auch schon gemacht. Wo war das Geist aus, so war lang? Mein Gott, bei mir sieht alles gleich aus. Das sieht. Ja, das war perfekt. Boah, das hab ich gut gemacht. Verrückter Gamer rastet beim Ludwig Fight aus. Ah, das ist geil. Den Part hab ich geliebt, weil der ist ja bei Ludwig so gefällt. Ja. Das musst du auch kommen. Wieso ist der jetzt bei sich in Welt 6 schon wieder? Wieso ist der jetzt bei sich in Welt 6 schon wieder? Wenn man da kurz was nachgesehen hat. Aber da war nix, oder? Ich check das einfach nicht. Ja, Jutu, bleib jetzt nicht stecken, wenn ich hier schnell am Suchen bin. Ich bin am Suchen. Da habe ich keine Zeit für den Mist. Jetzt musst du mir nicht noch mal eine Werbung reinhauen. Oh doch. Werbung des Grauen sind. Jetzt verziehe ich hier, ist eh immer die gleiche. Oh cool, ich habe einen anderen Exit gefunden. Das ist das jetzt Siegfried Exit oder was? Oder eine normale, welch enttäuscht er noch? Nicht so viel, weil ich nicht... Der Siegfried Exit war aber auch nichts mehr. Weiter geht's. Ich will dich sofort zur Strecke bringen. Was der fuck, wie der sich aufregt. Naja, die kann man verkacken, bitte. Der ist so leicht. Nee, du kannst geil, kein, wenn der sich mal aufregt. Dann geht er voll ab. Oh shit, das war ein. Das ist doch. Der macht's doch nicht lamer, als was es ist, dummer Pum Pum Pum. Der kann nicht sein in Welt 8, oder? Mit 8 kann doch gar nichts mehr sein. Das kann doch gar nichts mehr sein, dieses Pech. Das kann doch gar nichts mehr sein, dieses Pech. Hier, da geht's. Welcher Weg fehlt mir? Komm, du schaffst das mal, warum? Mit 7 sieht man ja auch so Danish aus. Ja, Leute, es ist ein toller Part. Irgendetal richtig toller. Ihr seht, wie toll ich Mario kann. Ich find's auch schon fast gar nicht mehr witzig, weil's schon so lächerlich ist. Okay, Welt 8 hab ich auch alles, also da ist auch nix mehr. Also ich seh gerade, wie Spider und ich verzweifelt sind, Mario. Ja, ich, weil ich diesen dummen Weg suche, es ist ein einziger Weg. Ja, und ich, weil ich mir einfach denke, ach komm. Ich will dieses Spiel jetzt beenden, gültig. Nee, weil, wirklich, du müsstest sehen, wie ich teilweise sterbe, es ist so lächerlich. Nee. Oh, Bonbon, bitte. Geh einfach rüber. Mach den Scheiß kaputt. Ja, das hab ich ja schon gemacht. Also in Welt 7 ist nichts mehr. So, alles ganz langsam angehen, dann kann doch nicht schief gehen. Okay. Gut. Guck, ja. Im Limonadendschungel. Ja, nee. Ja, gehen. Au. Fuck, ehrlich. Keine Lust auf dieses Sagen. Ist zu dumm. Nee, ehrlich, ich hab keinen Bock, bevor ich jetzt am Sterbe. Nur ein Loch. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Diesen Loch-Scheiß-Weg hab ich auch schon. Hä? Im Dschungel ist... Der ist identisch. Also im Dschungel kann nicht sein. Und der Wüste auch nicht. In Eichenheim sowieso nicht. Dann bleibt dir eigentlich nur Welt 6. Wird's weiteres finden, das werden wir im nächsten Teil aussehen. Bis dahin. Ciao.